Fünf Minuten sind noch zu gehen und Griezmann, Goretzka. Lange geht's nicht mehr, aber jetzt kommt's natürlich drauf an, keinen Fehler zu machen. Thomas, ich glaub's nicht, sie treffen doch noch, der Ausgleich. Durch den Torerfolg haben sie den Ausgleich noch geschafft. Ganz stark, nie aufgegeben und das ist jetzt der Lohn. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Und hier wird es jetzt zwei Minuten Nachspielzeit geben. Tame ist jetzt am Ball. Iniesta. Gomez, der Ball ist drin. Ein wirklich wichtiges Tor, das gibt Sicherheit, sie liegen vorne. Es braucht mindestens ein Unentschieden, um den Klassenerhalt zu garantieren. Sieht also gut aus für den Moment. Das könnte jetzt die Entscheidung sein. Game over, Buschi? Könnte sein, könnte sein, aber noch sind sie nicht durch. Ein echter Krimi. Quasi mit dem Schlusspfiff gehen sie hier in Führung. Und das muss es eigentlich gewesen sein. Und das Spiel war so eng. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn es nach 90 Minuten keinen Sieger gegeben hätte. Das ist es gewesen. Das Spiel ist vorbei. Das war ein großartiger Erfolg. Und der wird mit dem Klassenerhalt belohnt. Und das ist genau das, was man sich fordert.